Was ist Gelotologie? Lachen ist ein ernstes Geschäft, wenn es darum geht, ein langes und gesundes Leben zu führen. Einige Experten sind so weit gegangen, die besonderen biologischen Ursachen von Lachen sowie deren Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden zu quantifizieren. Dieses Fachgebiet, Gelotologie genannt, hat die Behauptung quantifiziert, dass Lachen die Herzgesundheit verbessern, die Immunität stärken und Schmerzen lindern kann. Andere Studien haben sich auf die soziologische Rolle des Lachens beim Aufbau von Gruppenmentalität oder auf seine psychologische Rolle bei der Linderung von Spannungen und Depressionen konzentriert. Ein Hauptbestandteil der Gelotologie ist die Untersuchung, wie und warum Lachen überhaupt auftritt. Aufbauend auf der konventionellen Weisheit, dass Menschen sich nicht selbst kitzeln können, haben wissenschaftliche Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten zu Entdeckungen geführt, welche Teile des Gehirns für das Lachen verantwortlich sind. Laut einem Bericht, der 1998 von Forschern der Universität von Kalifornien in Los Angeles eingereicht wurde, begann eine Patientin, die sich einer Gehirnoperation unterzog, zu lachen, sobald ein kleiner Abschnitt ihres Frontallappens durch elektrischen Strom stimuliert wurde. Es wird angenommen, dass diese Reaktion auf das Auslösen von Haaren Teil eines umfassenderen Netzwerks ist, das weitreichende Teile des Gehirns umfasst, die für Bewegung, Wahrnehmung und Emotionen verantwortlich sind. Ein weiterer Aspekt der Gelotologie ist, was überhaupt zum Lachen führt. In dieser Hinsicht häufen sich einige Lager, von denen einige glauben, dass die Genetik diese Art der Reaktion auf neue Reize eingebettet hat. Andere glauben jedoch, dass Lachen eher eine konditionierte Antwort auf eine Anzahl neuer Erfahrungen ist, von körperlichen Reizen wie Kitzeln bis hin zu subtileren Ursachen, etwa wenn etwas die Empfindungen auf die richtige Weise berührt. Unabhängig von den Ursachen gelangte das University of Maryland Medical Center im Jahr 2000 zu dem Schluss, dass Lachen und Sinn für Humor zu einer besseren Herzgesundheit beitragen können. Von 300 Studienteilnehmern, je zur Hälfte mit und ohne Herzerkrankungen, stellten die Forscher fest, dass diejenigen mit Herzerkrankungen offenbar seltener Gründe zum Lachen finden. Andere Gelotologie-Studien haben auch gezeigt, dass komödiantische Umgebungen Stress, Schmerzen und Immunreaktionen verbessern können. Im Speziellen scheinen Gelächter und Unaufrichtigkeit dazu zu führen, dass der Körper weniger katecholamen Hormone freisetzt, die sogenannten Kampf- oder Flughormone, die Stress erhöhen und das Immunsystem besteuern können. Ein Hauptzweig der Gelotologie wird als Psychoneuroimmunologie bezeichnet, bei der Fachleute aus verschiedenen Bereichen nach Verbindungen zwischen bestimmten emotionalen Zuständen und Gesundheit suchen. In diesem Bereich sind verschiedene Arten von Forschern beteiligt, von Psychologen und Neurowissenschaftlern bis hin zu Immunologen und Ärzten. Obwohl manche Krankheiten und Verletzungen nicht einfach durch einen gesunden Sinn für Humor vermieden werden können, besteht der Konsens dieser Wissenschaftler darin, dass eine direkte Verbindung zwischen glücklichen Einstellungen und gesunden Körpern besteht.